Florian Silbereisen, im Babyglück, er zeigt seine Vaterqualitäten. Freudestrahlend steht er da, kann sein Glück kaum fassen. Es scheint, als würde sich für Florian Silbereisen, 42, nach der Trennung. Von Helene Fischer, 39, vor fünf Jahren endlich alles zum Guten wenden. Aktuell schwimmt er nämlich nicht nur beruflich auf der Erfolgswelle, sondern auch im Babyglück. Jetzt erfüllen sich seine größten Wünsche. Was für eine Freudenbotschaft zum Fest der Liebe. Florian Silbereisen geht in der Vaterrolle auf. Leidenschaftlich schlingt er die Arme um sie, drückt sie eng an sich und küsst sie. Wow, so haben wir den Entertainer vermutlich noch nie mit einer Frau gesehen. So hingebungsvoll und bis über beide Ohren verliebt. Nicht einmal mit Helene. Doch wer ist diese Frau, die Flori so den Kopf verdreht hat? Leider sind die Knutschfotos nur Szenen aus der Traumschiff-Folge Nusantara, in der sich Kapitän Max Prager in eine verheiratete Frau, gespielt. Von Wanda Perdelwitz, 39, verliebt. Also keine neue Liebe im echten Leben. Dafür darf der Schlagerstar an Bord der MS Amadea aber schon einmal seine Vaterqualitäten unter Beweis stellen. Während der Dreharbeiten kümmerte sich der 42-Jährige in seiner Rolle liebevoll um den kleinen jungen Nemo. Doch auch abseits der Kameras wurde schnell klar. Flori hat ein Händchen für Kinder. Kein Wunder. Immerhin hat er viele Nichten und Neffen. Er liebt die Kleinen. Eine eigene kleine Familie wäre sein größter Wunsch. Ich möchte Nachwuchs. Privates Babyglück steht noch aus. Wer weiß, vielleicht erfüllt sich dieser Wunsch schon ganz bald. Es wäre die Freudenbotschaft zum Fest der Liebe. Denn aktuell scheint Florian ein wahrer Glückspilz zu sein. Für ihn scheint sich alles zu fügen. Nachdem lange überlegt wurde, ob es für ihn als Moderator im Ersten weitergeht, wurde nun entschieden, dass seine Musikshows weiterhin ausgestrahlt werden. Allein das erfüllt den Showmaster mit so viel Freude. Warum also sollten sich nach so vielen positiven Ereignissen nicht auch seine privaten Träume endlich erfüllen? Es wäre der perfekte Zeitpunkt. Wenn Gott will, dann kommt irgendwann ein Baby. Ja, möglicherweise meint es der liebe Gott mit ihm dieses Jahr ganz besonders gut. Genug Platz für Nachwuchs hat Florian in seinem Anwesen am Mondsee auf jeden Fall. Er ist also bestens vorbereitet. Er ist also bestens die Wunschung.